Mein Name ist Bernhard Schutti, ich bin Geschäftsführer und Eigentümer der Stein & Co. GbH. Wir haben ungefähr 100 Mitarbeiter und sind tätig im Großhandel mit Naturstein und Keramik. Wir liefern da in Österreich und in Süddeutschland ungefähr 3000 Firmenkunden. Wir haben viel mit Gewichtern zu tun auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch mit einer Vielzahl an Kunden. Also wir sind physisch und auch psychisch, wenn man so möchte, sehr, sehr gefordert. Und wir sind da auf die Power in Seoul gestoßen. Wir haben das dann einmal im Unternehmen ausprobiert und haben auch hier ganz tolle Resonanzen bekommen. Ich bin bei der Firma Schutti im Co. im Betrieb tätig, das heißt in der Kundenberatung direkt vor Ort, im Schaugarten, aber auch in der Fest. Da ist es gerade oft lang und stark, da hat Schwaner mit Beinen aufgehoben. Wir haben von der betrieblichen Gesundheitsvorsorge die Power in Seoul zur Verfügung gestellt, direkt zum Setzen. Bereits am ersten Tag habe ich wirklich so gestern moment gespielt. Es war ein entspannteres Arbeiten und ich habe wirklich fitte Gefühl bekommen. Ich habe seit 14 Tagen die Power in Seoul in meiner Arbeit geschürzt und ich muss sagen, es hat sich nach einer Woche sehr gut einen Erfolg eingestellt. Ich weiß nicht, über welchen Vorsorge der hat sofort reagiert hat, die sich einladen hat. Bei unserem Lager sind wir wirklich bei voller körperlicher Anstrengung und geistiger Konzentration gefordert und das von 7 Uhr früh bis 17 Uhr am Abend. Wir haben von unserem Chef die Power in Seoul zum Testen bekommen und ich bin wirklich selbst erstaunt, wie ich das getestet habe, dass wirklich so ein kleines unscheinbares Ding eine solche Wirkung hat.